Herzlich Willkommen zu unserem Studium des Buches der Sprüche. Wir sind heute zu der letzten Betrachtung und zum letzten Kapitel gekommen und wir wollen in dieser Stunde dieses Buch versuchen abzuschließen und die Quintessenz, das was es uns gelehrt hat, nochmal zu wiederholen. Bevor wir aber einen gesamten Blick nochmal über das Buch vornehmen, wollen wir uns der heutigen Betrachtung zuwenden, die sich mit dem letzten Kapitel dieses Buches befasst. Und die Betrachtungen haben unterschiedliche Titel. Die eine hat die kluge Frau und die andere Betrachtung hat den Titel Frauen und Wein. Und beide Titel sind entnommen aus diesem 31. Kapitel. Lasst es uns lesen und schauen, was es uns zu sagen hat. Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Da ist eine Mutter, die sich fragt, was soll sie ihrem Sohn weitergeben? Was ist das, was im Leben wirklich zählt als Sohn eines Königs? Und hier wird gesagt, im Vers 3, Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege denen, die Könige verderben. Es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein den betrübten Seelen. Sie werden über dem Trinken ihre Armut vergessen und werden nicht mehr an ihr Elend denken. Tue deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. So, der erste Abschnitt geht um den Charakter des Königs, um seine Gewohnheit. Er soll Recht richten, das ist die Aufgabe des Königs. Zu ihm kam man, er war die letzte Autorität in jedem Rechtsstreit. Und damit er das richtig tun kann, sollte er einen guten Verstand haben und frei sein von Dingen, die die Funktion seines Gehirns und damit die Funktion seines Geistes in Schwierigkeit bringen. Und eines der Dinge, die die einen tun aus der Abhängigkeit heraus und die anderen wohl aus der Lust, der Appetits, ist das Trinken von Wein und starken Getränken, von Alkohol. Und hier gibt es ihm den Rat, weder seine Stärke den Frauen zu geben, das heißt, er sollte ein moralisches, richtiges Leben führen, was die Beziehung zum anderen Geschlecht bedeutet, und er sollte einen klaren Verstand haben, indem er sich nicht dem Wein hingibt. Und hier wird eine Begründung für den Wein gegeben. Er nimmt tatsächlich dem Menschen seinen Verstand, er hilft ihm, leichte Dinge zu vergessen. Deshalb fliehen so viele Menschen dahin und denken, es wäre eine Lösung. Aber wir wissen, auch wenn es vorübergehend so aussieht, als ob man besser dasteht, nachdem man getrunken hat, wie wenn es einem ein gewisses Wohlgefühl bringt, so ist es dennoch keine Lösung für den Elenden und keine Lösung für den, der in Not ist. So, das kurz, ich denke, da gibt es nicht viel, was wir kommentieren können. Die Bibel ist eindeutig. Und deshalb denke ich, ist es so wichtig, dass man kein Mittel verwendet, was unser Gehirn dazu führt, dass es für den Geist nicht mehr zur Verfügung steht, und es geht so, dass er richtig dadurch denken und handeln kann. Deshalb vermeide ich in meinem Leben, Wein habe ich nie geliebt, habe mir nie geschmeckt, oder starkes Getränk, und ich vermeide auch die Dinge, die auch wirken, die jetzt hier nicht benannt sind, den schwarzen Tee, den grünen Tee, die Dinge, die nicht einen guten Einfluss haben auf unser Gehirn, die aber uns ein gutes Gefühl vermitteln. Deshalb konsumieren die Menschen das, oder die Schokolade. All das, was auf das Gehirn in einer aufputschenden oder in einer hemmenden Art letztendlich wirkt, sollten wir vermeiden, wenn wir, so wie es hier steht, recht richten wollen und richtig entscheiden. Es geht jetzt nicht um die Funktion, dass wir über andere bestimmen, aber dass wir Dinge klar sehen können und mit einer Scharfheit des Verstandes handeln können. Deshalb sollten wir uns von all dem, was irgendwie schädlich ist, auch wenn es nur in kleinen Mengen ist, und sicherlich kleine Mengen machen nicht den Schaden, die große Mengen machen, aber sie können schon einen großen Schaden tun, in dem Sinne, wenn man nur wenig Alkohol trinkt und dennoch nicht mehr die gute Reaktion hat beim Autofahren, hat es furchtbare Folgen. Und all das wollen wir vermeiden, wir wollen uns an die Dinge halten, die uns glücklich machen, ohne dass wir Dinge benutzen müssen, die uns über einen Umweg vordergründig uns besser fühlen lassen, aber im Nachhinein uns zerstören. Jetzt kommen wir zu dem Lob der Frau. Ab Vers 10, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Ja, schon damals gab diese Mutter diesem Lemuel den Rat, eine tugendhafte Frau zu finden und beschrieb, wie sie ist. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie Brot herbei. Bevor der Morgen graut, isst sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tageswerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtelt ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht. Nicht aus. Sie greift nach dem Spinnenrock und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohlbekannt, in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich, ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht's. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. So, das ist ein wunderschöner Abschnitt über, man könnte sagen, die ideelle Frau. Sie hat gewisse Sachen, die ich gerne aufschreiben möchte, dass wir sie uns besser vor Augen führen können und damit sehen, ob wir sowohl als Männer, aber auch ob die Frauen sich ermutigt sehen, das auch in ihr Leben umzusetzen in einer ganz praktischen Weise. So, die Eigenschaften des Menschen haben wir gesehen, wen Gott gemacht hat. Und jetzt wollen wir ein paar Eigenschaften sehen der tüchtigen Frau. Frau. Wir haben ja gesehen, im Verlauf des Buches der Sprüche, dass auch die Weisheit immer mit einer Frau verglichen wird und am Ende jetzt dieses Buches sehen wir das irgendwie ins praktische übertragen in der Beschreibung dieser klugen Frau, in der Beschreibung der Tugenden dieser Frau. Und eine tüchtige Frau, eine tugendhafte Frau ist etwas Kostbares. Es ist etwas Kostbarer, denn die Perlen Kostbares, sehr wertvoll. So eine tugendhafte Frau, wem sie beschert ist, der hat etwas ganz Wertvolles, etwas Kostbares, Kostbarer denn Perlen und die Schätze. Und die Charaktereigenschaften die sie hat ist hier auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. So eine tüchtige Frau, die Eigenschaften einer tüchtigen Frau ist, sie ist zuverlässig. Eine Charaktereigenschaft, eine Tugend, die sehr wichtig ist in dem Zusammenleben, in einer Ehe, in jeder Beziehung, ist es ganz wichtig, dass man zuverlässig ist. Und das Herz kann sich auf sie verlassen. Und es mangelt ihm bei der zuverlässigen Frau nicht an Gewinn. Kein Mangel an Gewinn mit einer zuverlässigen Frau. Sie weist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. So, sie ist nicht nur zuverlässig, sie ist immer gut, man könnte sagen, lieb zum Mann und sie tut nichts Böses. so was Herrliches, nicht? Die Mutter beschreibt diesem Sohn, was so ein ja, ich würde sagen, der tiefste Wunsch denke ich, eines jeden Menschen ist, jemanden zu haben, der zuverlässig ist, der gut und lieb ist. Und nichts Böses tut, wie lange? Alle Tage seines Lebens. So, sie ist immer gut. Das ist eine schöne, sehr schöne Sache. Und jetzt kommt ihre Aufgaben gewaucht, sie kümmert sich um Wolle und Flach, sie verarbeitet es mit willigen Händen, sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt ihr Brote bei, bevor der Morgen graut, isst sie schon auf, sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tageswerk für die Mägde, sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch, vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg, sie gürtelt ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme, sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus, sie greift nach dem Spinnenrocken und ihre Hände fassen die Spindel, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. So, mit anderen Worten, eines der typischen Aufgaben einer Frau ist, dass sie viel arbeitet, sie ist fleißig, weißig, arbeitet, man könnte sagen, immer, sie ist beschäftigt, aber sie ist auch erfolgreich in ihrem Tun, sie kann die Sachen vermehren, die sie hat und sie sorgt völlig gut für ihren Haus. Sie macht sich, sie hat keine Angst vor der Kälte, weil sie hat genug Kleider gemacht, sie hat genug Decken und sie ist schön mit Purpur und Scharlach gekleidet. Sie fertigt Hemden und verkauft sie, liefert dem Händler Gürtel Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. So, es ist erstaunlich, wie schön diese Sache, die beschrieben ist, Kraft und Würde ist ihr Gewand. Es ist doch schön, Kraft und Würde ist ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Sie ist eine fröhliche Natur. Ja, sie ist eine fröhliche Natur. Sie geht nach vorne, sie fürchtet sich nicht vor dem Morgen, vor den Schwierigkeiten. Sie hat einen Überblick, sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nicht das Brot der Faulheit. ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich und so weiter. So, sie hat etwas hier in den ganzen Beschreibungen, was wichtig ist, was immer wieder hervorkommt in den Sprüchen und das ist dieser Text. Wenn sie sagt, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. So, sie kümmert sich um Arme und Elende. Das heißt, sie ist nicht geizig. Sie ist großzügig, hilfsbereit, hilfsbereit. Und sicherlich wird sie für das, was sie ist, gelobt. Und viele Töchter haben sie als zugendhafte Biesen, du aber übertriffst sie alle. Und dann endet er, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. So, es gibt auch eine Belohnung, wenn man so will. Die Belohnung. Was ist für eine Mutter schöner, als dass ihre Kinder sie ehren für all ihr Werk, das sie getan hat? Was ist schöner als Belohnung, als zu sehen, dass man das, was das man gesät hat, auch erntet und aufgeht. So, die Belohnung ist, dass die Werke ihrer Hände werden richtig, wie soll ich sagen, bewertet werden und werden von, ja, werden nicht vergeblich sein. So, das sind die Eigenschaften, die hier die tugendhafte Frau hat. Wenn wir uns genau die Sache betrachten, dann müssen wir erkennen, dass es wichtig ist, dass das nicht nur auf eine physische Frau passt. Diese ganzen Dinge, die hier beschrieben sind, sind letztendlich auch die Eigenschaften eines weisen Menschen. Und das passt nicht nur auf die Frau, sondern auf jeden, der göttliche Weisheit besitzt. Es ist wichtig zu verstehen, warum Gott uns geschaffen hat. Er hat uns gemacht, dass wir etwas tun. Er hat uns gemacht, dass wir Beschäftigung haben. Und der Sinn des Lebens ist eine Arbeit, die uns Gott gegeben hat. Und diese Arbeit ist aufgeteilt dem Mann und der Frau, wenn wir es jetzt nur in der Familie nehmen. Jeder hat seine Aufgabe. Aber wie erfüllen wir diese Aufgabe? Mit Freuden, so wie hier beschrieben steht, oder mit Unmut? Haben wir um uns Menschen herum, die über die viele Arbeit, die sie haben, glücklich sind oder unglücklich? Haben wir Menschen, die sich freuen, dass sie viel zu tun haben? Oder haben wir gerade im Haushalt sehr häufig Mütter, die meinen, sie sind überlastet. Hier in dem Buch der Sprüche scheint diese Frau übermenschliche Kräfte zu haben. Sie kann einfach alles. Und sie erfüllt, würde ich jetzt sagen, den Wunsch auch jedes Mannes in ihrer Art, wenn sie so tatsächlich handeln würde. Wollen wir uns ein bisschen im Spiegel betrachten? Als Mütter vielleicht, oder die Mütter als Frauen, aber auch als Männer. Eines der schwierigsten und krankmachendsten Gedanken ist, dass wir aufgrund der vielen Arbeit meinen, wir machen zu viel. Und wenn wir zu viel machen, dann denken wir uns in das Selbstmitleid hinein. Und so sind wir auf der Spur, uns gegen dieses Viele zu kämpfen, zu bewegen und uns damit das Leben schwer zu machen. Man hört kaum jemanden oder eine Frau, die nicht klagt, die ihre Aufgaben wahrnimmt mit Fröhlichkeit, so wie es hier steht, fröhliche Natur. Sie tut es, weil sie sich darin wohlfühlt. Sie hat keinen Konflikt in sich selbst, dass sie zu viel machen könnte. Sie guckt nicht auf sich, dass sie so belastet ist und andere mögen spazieren gehen, während sie arbeiten muss. Sie ist einfach mit dem, was sie tun kann und tut, zufrieden. Das ist eine große Tugend. Das ist etwas, was einen wirklich gesund hält und Kraft gibt. Wie es hier steht, Kraft und Würde ist ihr Gewand, weil sie klagt nicht. Wir finden hier keine einzige Eigenschaft einer tüchtigen Frau, eines, und ich sage jetzt, weil es ja auch das Bild der Weisheit ist, eines tüchtigen Mannes, der klagt und murrt und unzufrieden ist, für wie die Dinge laufen. Klagen und murren macht sehr krank, weil es entsteht aus dem Irrtum unseres Geistes, über den wir ja viel gesprochen haben während der Sprüche, Studiums. Und der Irrtum unseres Geistes verführt uns, was ist denn besser, viel Arbeit oder wenig? Was ist mehr Gewinn? Viel Arbeit oder wenig Arbeit? Und die Menschen denken, mehr Gewinn ist wenig Arbeit. Urlaub, Entspannung, Spaß. Das ist hier nicht drin. Nicht mal in der Nacht macht sie das Licht aus. Sie ist immer präsent. Und sie hat kein Selbstmitleid für sich, weil sie verstanden hat, je mehr, umso besser. Je mehr Arbeit, umso grösser die Genugtuung. Die, der Erfolg, je größer die Belohnung. Ich denke, das ist doch so entscheidend, dass wir diese Denkweise erkennen, die hier in der tugendhaften Frau, in der Weisheit beschrieben ist. Sie ist da und sie ist glücklich zu schaffen. Betrachtet mal, macht mal den Test für einen Tag oder eine Stunde. Oder wie ihr denkt, ob ihr denkt, ihr seid überlastet, ob ihr denkt, ihr könnt nicht mehr, ob ihr denkt, oh, all diese vielen Dinge, die auf mich jetzt zuströmen, wie soll ich sie schaffen? Das sind alles Unklugheiten. Weil derjenige, der weise ist, der Gott als Weisheit hat, wir werden es ja noch schauen, der ist in der Lage, alle Dinge, die auf ihn zukommen, mit Gottes Kraft zu begegnen, mit Kraft und Würde gekleidet, die Dinge zu tun, ohne zu murren, ohne zu klagen, ohne ins Selbstmitleid zu verfallen, ohne zu denken, oh, ich, armes Wesen, wieso muss ich all das jetzt tun? Warum macht niemand die Drecksarbeit, wie manche Aussagen in ihrem, ich muss immer alles machen? Wo hilft der Mann denn mal mit? Jägerlich sollte der Mann mithelfen, aber auch wenn er nicht mithelfen sollte und nur schön im Tor herum sitzt, ist das kein Grund, eifersüchtig zu sein und zu sagen, ich tue es nicht mehr, weil ihm geht es gut und mir geht es schlecht, weil ich so viel schaffen muss. Meine Lieben, ein richtiges Denken, Weisheit erkennt, den Sinn des Lebens in der Arbeit und die Erfüllung des Lebens in der Arbeit, nicht im Müßiggang, nicht im Herumsitzen, nicht im Urlaub, nicht in der Entspannung, das alles mag seinen Platz haben, um Erholung sozusagen zu bringen, aber die größte Erholung ist, wenn mein Geist sich nie selbst mitleidet, ist die größte Erholung, alles aus der Hand Gottes nimmt und alles anpackt mit Freude und es gut tut. Ich denke, das ist sehr praktisch und wir sollten das überlegen. Macht die Bibel hier einen Fehler, dass sie so eine Überfrau darstellt oder ist es das Resultat einer göttlichen Einwirkung, einer göttlichen Weisheit oder ist es das Ergebnis des Lernens der Klugheit? Ja, es mag vielleicht dauern, bis wir dahin kommen, aber es wäre schön, wenn wir es zumindest anstreben würden und uns vornehmen, nie mehr, nie mehr zu denken, wir machen zu viel. als sonst vielleicht schreiben wir uns das auf. Krankmachende Gedanken krankmachende Gedanken, sie sind so häufig, so viele und würden wir die Weisheit Gottes nehmen, dann würden wir erkennen, dass sie uns eine große Hilfe ist. Ich mache zu viel ist ein krankmachender Gedanke. Er nimmt uns die Kraft weg. In dem Moment, wo ich mich als Opfer von zu viel Arbeit sehe, bin ich mir selbst im Wege. Ich mache zu viel. Also, wenn ich zu viel mache, muss ich reduzieren. Und ich muss mich vergleichen mit den anderen. Es ist eine Gefahr, dass wir zu viel machen in unserem Eifer nach Anerkennung. Sicherlich. Aber der Gedanke muss geprüft werden. Mache ich zu viel? Warum mache ich zu viel? Wir brauchen ein Maß. Aber ein krankmachender Gedanke, der ich, wenn ich fast jeden Menschen sehe, ist er mit, bemitleidet sich selbst, weil er zu viel gearbeitet hat. hat. Ich habe zu viel gearbeitet. Ein sehr krankmachender Gedanke, weil er nicht stimmt. Wir sehen bei der Weisheit, sie arbeitet immer. Und sie kann immer arbeiten. So, es geht um eine Geisteseinstellung. Und wenn wir uns von Gottes Geist in unserem Geist führen lassen, werden wir erkennen, dass er in unserem Leben nicht zu viel bringt, wenn wir nicht uns zu viel aufnehmen. Aber der Gedanke, es ist, ich habe zu viel gearbeitet, ist krankmachend. Er ist hemmend. Er ist zerstörend. er zerstört, er macht mich unzufrieden. Die Freude ist weg. So, lasst uns in viel Arbeit den Gewinn sehen, nicht in wenig. Und lasst uns freuen, wenn wir doch so viel tun können in einer Zeit, wo vielleicht jemand anders, der langsamer ist, weniger tun kann. Ich sprach neulich mit einer Patientin, die in einer Not war, weil an ihrer Arbeitsstelle die jüngeren Leute nicht mehr so ordentlich arbeiten und so schnell nimmt auch ab, die Schnelligkeit in der Arbeit, nicht in anderen Sachen. Und dann habe ich mich gewundert, naja, wo liegt denn jetzt das Problem? das Problem kam danach und jetzt muss ich hinter denen hergehen und ihre Arbeit tun. Sie machen schnell, schnell, sind weg, aber damit es ordentlich ist, muss ich jetzt nacharbeiten. Das ist ein krankmachender Gedanke, weil er ist nicht ein freies, ich bin ein Sklave, ich muss dem anderen nach arbeiten. Und ich bin jetzt das Problem. Also, damit ich den anderen nicht mehr nacharbeiten muss, muss ich dem anderen sagen, dass er besser arbeiten kann. Dadurch komme ich in einen Konflikt. weil der andere macht es vielleicht so, wie er kann halt. Und dann hat man einen Streit und in diesem Streit zerstört man sich. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Deshalb lasst uns verstehen, wo der Link zur Selbstzerstörung ist. Er ist im Selbstverwalt. Ich mache zu viel. wer tut ich denn? Oh, die Arbeit erwartet es. Nein, es erwartet niemand. Ich muss das tun, was ich weiß richtig ist. Und das sollte mir die Klarheit, ich sage, die Weisheit Gottes vorgeben. Ich tue alles, sollte sein für Gott. Ich fasse alles an, was ansteht, aber ich tue es nicht, weil ich dem anderen korrigieren will. Ich tue es deshalb, weil ich weiß, ich bin gerufen, es zu tun. Weil ich weiß, ich tue es für meinen himmlischen Vater. Und die Belohnung will ich nicht von einem Menschen. Die Anerkennung will ich nicht von einem Menschen haben. Sie wird mir gegeben entsprechend der Werke meiner Hände. Es ist eine Menge Weisheit in diesem letzten Kapitel der Sprüche. Es ist eine Menge Erkenntnis darin für unser tägliches praktisches Leben. Lasst uns nie vergessen, Fleiß ist eine Tugend, Faulheit ist eine Untugend. sich zu vergleichen mit jemandem, der weniger macht und sich selbst, der man mehr macht, zu bemitleiden, ist ein Betrug unseres Geistes und führt uns in eine schwierige Not. Deshalb sollten wir wissen, Gott hat uns gemacht, mit dem Ziel zu arbeiten. Gott hat uns gemacht, mit dem Ziel, dass wir in der Arbeit die Erfüllung finden. hat uns nicht gemacht, dass wir uns vergleichen, hat uns nicht gemacht, dass wir sagen, der eine macht mehr, der andere weniger, er hat uns gemacht, dass jeder seine Aufgabe erkennt und sie dementsprechend vor Gott, nicht vor Menschen tut. Und das ohne Murren und Klagen, weil es ist der Sinn und Zweck seines Lebens. Ich finde es schön, dass die Sprüche enden mit der Belohnung, mit der Folge des Werkes, das man tut und dass sie enden mit der großen Sache, dass Anmut und Schönheit verschwindet. aber was wirklich wert ist eine gottesfürchtige Frau. Darüber wird jeder Mann, der gottesfürchtig ist, erfreut sein. Lasst uns kurz zusammenfassen diese Lektion, indem wir verstehen, Gott möchte, dass wir weise sind und wir müssen erkennen, wo wir uns selbst betrüben, indem wir Angst haben, wir tun zu viel und Angst haben, wir könnten überfordert werden, Angst haben, wir haben zu viel gearbeitet, während andere nur rumsitzen. Lasst uns unserer Aufgabe gewiss sein, lasst uns für Gott arbeiten, nicht für Menschen, lasst uns unseren Geist vor Gott in Rechenschaft bringen, nicht für einen Menschen, dann können wir alle Arbeit tun und wir können darin fröhlich und glücklich sein und diese Eigenschaften haben, ohne dass wir krank machen. Wir werden sehr wertvoll und kostbar gerechnet werden zuverlässig sein, wir werden Gutes tun und nichts Böses, wir werden fleißig sein und Gott wird uns den Erfolg schenken, die Freude und wir werden uns nicht fürchten vor dem Morgentag und das Gewand unseres Lebens wird Kraft sein und Würde. Das ist etwas, was ich gerne haben will und worauf ich arbeite. Das sollte sein, was wir Männer und Frauen anstreben. Ich möchte, da wir am Ende des Buches der Sprüche sind, eine kurze Zusammenfassung machen, dessen, was wir in diesem Vierteljahr gelernt haben. Haben wir wirklich was gelernt? Hast du was gelernt? ist ein Leben durch das Studium dieser Sprüche ein Stück näher gekommen dem Ziel der Weisheit, die uns das Buch der Sprüche versprochen hat, zu lernen? Wir können uns noch erinnern an die erste Stunde, wo uns das Ziel dargestellt wurde, wo der Salomo sagte, warum er das Ganze schrieb. Wir wollen klug werden, wir wollen Weisheit sein, wir wollen Weisung und Züchtigung in unserem Leben erreichen. Wir wollen Gerechtigkeit und Recht. Wir wollen Menschen werden, die einem Charakter entsprechen, der aus Gott kommt. Sind wir dem Ziel ein bisschen näher gekommen? Oder werden dieses Studium an uns vorbeigehen, ohne wirkliche Spuren zu hinterlassen? Wisst ihr, was am Buch der Sprüche so besonders ist? Am Buch der Sprüche ist so besonders, es ist kein Geschichtsbuch. Wir finden keine wirklichen Geschichten, ein paar Beispiele, ein paar Parabeln, wenn man will, aber man findet keine Geschichte. Das Buch der Sprüche ist ein Buch der Charakterbildung. Es ist das Buch, das das Evangelium in seiner Quintessenz enthält. Es ist ein Buch, das deutlich macht, worauf es wirklich ankommt. Deshalb mag es für den einen oder anderen nicht das aller beste Buch gewesen sein. Aber ich sage euch, das Buch der Sprüche sollten wir nicht zur Seite legen. Wir sollten es sehen, dass es etwas in unser Leben bringt und als Buch geschrieben in der Mitte der Heiligen Schrift bringt es uns das Wichtigste, die Weisheit Gottes. Das Buch der Sprüche ist ein sehr einfach aufgebautes Buch, wenn man es so haben will, vom Aufbau her. Es gibt immer nur zwei Parteien. Im Buch der Sprüche haben wir nicht wir haben nur und ich würde so malen hier wir haben die ja zwei Kategorien von Menschen. Man könnte fast sagen es Buch der Bücher malt schwarz und weiß. Und so mache ich hier weiß und hier schwarz. Es gibt nur den Weisen auf der einen Seite und und den törichten oder den Narren auf der anderen Seite. Es gibt den Fleißigen und es gibt den Faulen. Es gibt den gerechten und den ungerechten. und so können wir die Liste weiterführen von all den Kategorien, die uns hier in den Sprüchen dargestellt wird. Die Sprüche malen ein Bild, das ganz einfach ist. Es gibt nur die eine oder die andere Seite und es gibt nicht wirklich was dazwischen. Es gibt einen Weg, der führt zum Leben und es gibt einen Weg, der führt zum Tod. Das hier führt zum Tode und das hier führt zum Leben. Es gibt keine zwei Möglichkeiten. Und das Buch der Sprüche hat uns aufgezeigt diese zwei Wege. Es hat uns aufgezeigt und uns ermahnt den richtigen Weg zu gehen. Womit was unterscheidet die zwei Wege? der eine Weg ist die Furcht des Herrn, die zum Gottvertrauen führt. Der andere Weg ist das Selbstvertrauen. Vielleicht schreiben wir das auf. Das hier kommt als Folge des Selbstvertrauens. kommt als Folge des Gedankens Ich bin Gott als Folge des Betrachtens des Lehnens auf sich selbst. Das hier kommt aus dem Gottvertrauen und Gottvertrauen hat man, wenn man weiß, ich bin eingeschöpft. Beide Wege sind uns vorgegeben. Wir können wählen. Was das Buch der Sprüche sehr deutlich macht, ist der Wert der Erziehung. Es ist kein anderes Buch, das wir in der Heiligen Schrift haben. das so deutlich spricht, dass man das Kind von klein auf auf den richtigen Weg führen soll. Das Buch der Sprüche legt großen Wert auf die Erziehung. Weil es geht in dem Buch der Sprüche um diese Bildung des Charakters des Wesens eines Menschen, was bestimmt letztendlich Leben oder Tod. Und das scheint für uns manchmal gar nicht so bewusst zu sein. Es zählt nicht, was du weißt, es zählt, was du kannst. Es zählt, was du ausüben kannst. Es zählt, was wirklich das Werk ist, was aus dir herauskommt. das ist das, was zählt. Deshalb ist das Buch der Sprüche einzigartig in dem Hinweis auf Erziehung. Sicherlich wird es von vielen falsch verstanden und auch falsch angewendet, wenn es dahin geht, dass man die, wer die Route schont, der hasst seinen Sohn. Man versteht nicht, was gesagt ist. Wir müssen in der Erziehung, das Kind muss verstehen lernen, wenn es den falschen Weg geht, dass das wehtut, dass es Folgen hat, genauso wie es die Hand auf den Ofen tut und sich verbrennt oder wenn es sich mit dem Messer schneidet, indem es unaufmerksam ist. Das Kind braucht jemand, der es züchtigt. Erziehung ist im Buch der Sprüche das zentrale Thema, weil es kommt kein Weiser und kein Fleißiger und kein Gerechter aus nichts. Der hat einen Grund, der hat eine Wurzel und die Wurzel liegt in der Kindheit. Kein anderes Buch macht das so deutlich. Das Salomo wurde von seinem Vater belehrt, als er ein zartes Kneblein war. Und wir finden hier im letzten Kapitel, dass die Mutter dem König Dinge beibringt, für sein Leben genau, für sein Leben bestimmt. Deshalb war hier eines der ersten Texte im ersten Kapitel, im ersten Kapitel Vers 8, höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Die die das Buch der Sprüche spricht viel von Erziehung und sie tut es in den richtigen Stellenwert und würde das Buch der Sprüche uns wirklich begleiten, würden wir es nehmen als Gottes Wort, dann würde es unsere Familien verändern. Es würde aus einem Vater einen Vater machen und aus einer Mutter eine richtige Mutter. Es würde man würde wissen, wie man was anwendet, man würde gehen zu Gott und Weisheit erbitten und man würde es bekommen. Erziehung von Kleinkind auf ist das wunderbare Thema in diesem Buch und es zeigt sehr viele praktische Dinge, was man tun soll und nicht tun soll in der Erziehung. Deshalb ist dieses Vierteljahres Studium ja, wir konnten vielleicht nur ein bisschen davon so begreifen. aber jeder, der will, kann sich ja damit befassen. Jeder, der in der Situation ist, der kleine Kinder hat, sollte es studieren und sollte sagen, okay, hier gibt Gott in seinem Buch. Man muss keine anderen Bücher nehmen über Erziehung, die es da draußen gibt von Psychologen, von weiß nicht, Philosophen geschrieben. Da mögen Wahrheiten enthalten sein. Aber warum nicht die Konzentration des Wortes Gottes nehmen und sich darunter stellen? Ja, es ist 3000 Jahre alt, aber ich denke, was alt ist, ist bewährt und es kommt von Gott. Es ist keine menschliche Weisheit. Hier haben wir die Fundamente eine klare menschliche Erziehung von Kindern. So, in allen Schulen, in allen christlichen Schulen sollte das Buch der Sprüche ein zentraler Punkt sein. Weil das Buch der Sprüche weist uns auf den zentralen Punkt des Ganzen hin und das ist die Furcht des Herrn und das Gott Vertrauen. Im Gegensatz zur Nicht-Furcht des Herrn zum Verlassen auf sich selbst. So, lasst uns das verstehen. Dieses Buch sollte in den Schulen, in den gäubigen Schulen eine zentrale Stelle haben. Es sollte zu einem Fach sein, dass man täglich vielleicht studiert, aber dafür müssten die Lehrer es studiert haben. Aber leider ist es in, ich kenne keine gläubige Schule, ich kenne natürlich nicht alle Schulen, aber Medizinstudenten sollten das Buch der Sprüche als Grundlage der Erkenntnis über den Menschen nehmen. Weil das Buch der Sprüche offenbart, die Konstruktion des Menschen, sie offenbart, wie er funktioniert, sie offenbart, was krank macht und was gesund hält. Es offenbart uns die praktischsten Sachen unseres Lebens. Weil es kommt ja von dem weisesten Mannes im Großen, der Welt, der die Weisheit von Gott bekommen hat, nicht von einem Menschen. Und würde man erwarten, dass die Weisheit sich beschäftigt mit trivialen Dingen, mit Nebensächlichkeiten? Sicherlich nicht. Die Weisheit beschäftigt sich mit Charakterbildung. Und das Buch der Sprüche ist Charakterbildung. Deshalb wird es ja vielleicht auch nicht so viel studiert, weil man da an die Wurzel käme des Übels, das wir heute haben in unseren Schulen. Erziehung ist die Basis. Und Salomo beschäftigt sich nicht mit Nebensachen. Er beschäftigt sich mit der Hauptsache des Lebens. Das, was entscheidend ist fürs Leben, für die Gesundheit, für die Ewigkeit, ist der Charakter des Menschen. Und der wird gegründet in der Kindheit. Der wird ausgebaut auch weiterhin. Aber wenn in der Kindheit die Dinge nicht richtig gelegt werden, dann wird es schwieriger. Nicht, dass es unmöglich ist, aber wie viel würde man ersparen dem Kind als Not und Elend, würde man das Wort Gottes, wie es hier offenbart ist, nehmen und jede Mutter und jeder Vater würde das sich zu Herzen nehmen und es tun. So die Sprüche zusammenfassend zeigen zwei Wege auf. Zwei Wege, es gibt keinen dritten, es gibt keine Alternative, es gibt auch nur zwei Dinge, Wahrheit und Lüge. Der Weg des Narren und des Faulen und des Ungerechten sieht manchmal attraktiv aus, aber führt zum Tode. Der andere Weg sieht manchmal mühsam aus, aber führt zum Leben. die Quintessenz ist die Furcht des Herrn, ist die Erziehung des Menschen. Deshalb ist das Werk der Erlösung und Erziehung, wie Ellenweite sagt, dasselbe. Und es gibt ein Ergebnis. Es gibt ein Ergebnis. Und auch in den Sprüchen werden uns die Ergebnisse dieser zwei Wege gesagt. Und in den letzten Kapiteln findet man etliche Sachen, wo man sieht, wohin Dinge führen, welches die Konsequenz der Sachen ist. Und wir haben nicht mehr die Zeit, da durch zu gehen, aber wenn wir nur in Kapitel 29 sehen, ein Mann, Vers 1, der alle Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Durch Recht gibt ein König dem Land Bestand, aber ein Mann, der viele Abgaben erhebt, richtet es zugrunde. Das war der Salomo, das sagte nach seinem Fall in der Übertretung des Bösewichts ist ein Fallstrick, aber der Gerechte wird jauchzen und verlocken. So, ihr seht die Konsequenz, der Gerechte berücksichtigt das Recht der Armen, der Gottlose, aber ist rücksichtslos. Spötter versetzen eine Stadt in Aufruhr, die Weisen aber wenden den Zorn ab. Es gibt also hier eine so deutliche Beschreibung der Konsequenz der Gerechtigkeit und der Weisheit des ungerechten Menschen und des Toren. Zu welchen wollen wir gehören? Ich möchte zu denen gehören, die lernfähig sind, die fähig sind, seinen Geist unter die Führung Gottes zu stellen und von ihm zu nehmen und zu lernen und umzusetzen. Deshalb wird mich dieses Buch auch weiterhin begleiten. Ich will es nicht zur Seite legen, jetzt am Ende dieses Studiums. Es wird mir auch weiterhin ein fundamentales Studium sein, weil darin bin ich meine Patienten zu Hause. Da finde ich Rat, da finde ich Erkenntnis, da finde ich Leben und Frieden. Deshalb lasst uns das Buch der Sprüche nicht zur Seite legen jetzt, sondern es vielleicht noch mehr zur Hand nehmen. Ja, mein Teil des Studiums ist immer nur ein bisschen. Ich kann nicht viel auf einmal verdauen. Das ist so konzentriert, das kann ich nicht umsetzen. Aber Stück für Stück nehme ich es. Ein bisschen an diesem Tag, ein bisschen morgen und immer ein wenig davon. Und dann werden wir den Erfolg sehen. Unser Leben wird sich verändern und wir werden den Charakter dieser weisen Frau tragen. Wer ist nicht gern mit einem fröhlichen Menschen zusammen? Wer ist nicht gern mit einem fleißigen Menschen zusammen? Wer ist nicht gern mit einem Menschen, der würdevoll und kräftig ist, der stark ist? Wer ist nicht gern mit einem Menschen zusammen, der immer nur Gutes und liebevoll ist? Wer ist nicht gern mit einem Menschen zusammen, der zuverlässig ist? Auf den man sich verlassen kann. Ich möchte der Mensch sein, wo die anderen gern mit mir zusammen sind. Weil wir haben ja in letzten Betrachtung gesehen, die Demut Christi, die Sanft ist angenehm allen Menschen. Wir wollen nicht von anderen erwarten, dass sie für uns angenehm sind. Nein, das brauchen wir nicht. Aber lasst uns diese Menschen werden, die für andere angenehm sind. Lasst uns die Menschen werden, wo unsere Kinder uns loben, auf der Straße und in den Gassen, wo unsere Ehepartner von uns reden, weil sie uns schätzen als tugendhaft das, was wir unser Leben von Gott hineingenommen haben. Es ist besser so, wie andersrum. Besser, dass man gut über einen spricht oder gern in der Gegenwart von uns ist. Wie das man uns meidet. Ja, wenn uns jemand meiden will, so wie man Christus dann gemieden hat, als er zu heilig und sie nicht wollten mit ihm zusammenarbeiten, dann haben sie ihn zu falsch beschuldigt. Aber es lag nicht an ihm, es lag an den anderen. So lasst uns alles, was an uns liegt, tun durch die Gnade Gottes, um diese tugendhafte Weisheit, diese Eigenschaften des Gerechten in unser Leben einzubauen und einen makellosen, tadellosen Charakter zu besitzen, der das Einzige ist, was uns die Toren des Himmels öffnen. Ja, auf dieses wartet unser Herr, auf diese Ernte und das Werk kann nicht beendet werden, bis wir nicht diesen Charakter besitzen. Da können noch so viele Päpste kommen und gehen. Da können noch so viele Zeichen der Zeit da draußen passieren. Bevor der Charakter Gottes, des Volkes Gottes nicht zu diesem Charakter geworden ist, das wir in Sprüche 31 gelesen haben, kann Gott nicht das Werk beenden. Weil es ist das Ziel seines Planes. Er würde eine Arbeit beenden, die nicht fertig ist. Völlig absurd. Aber wir gucken nach draußen, anstelle zu schauen, nach innen. Ja, der Herr wird es beenden, ich denke es. Er wird genug haben, zu einem gewissen Zeitpunkt in diesen Tagen unserer Zeit. Er wird genug haben. Aber nur dann, wenn wir wirklich an dem arbeiten, was wir sollen. Auch das Evangelium kann nur verkündigt werden, wenn unser Charakter dem Evangelium entspricht. umsonst gehen wir heute so viel vielleicht nach außen und wollen das Evangelium an die ganze Welt bringen. Wir können es nicht bringen, solange wir es nicht selber leben und verstanden haben und die Botschaft wissen, die wir an andere Menschen bringen wollen. So lasst uns die Zeit ernst nehmen. und uns selbst vorbereiten. Um dann, wenn unser Charakter Schritt für Schritt besser ist, Gott uns nehmen kann eines Tages und völlige Kraft geben kann durch den Heiligen Geist, dann wird das Evangelium Gottes nicht durch viele Worte, nicht durch viele Küstlereien und Beweisführungen, ich weiß nicht von welchen biblischen Texten von hier und von da, sondern durch das Leben eines Menschen sichtbar und deutlich in kurzer Zeit dargestellt wird. Und anhand dieses Charakters des Menschen, des Christen, wird sich dann die Welt entscheiden. Es wird nicht eine Theorie sein, es wird ein Leben sein. Oh, dass wir das verstünden, dann würden wir an der Stelle arbeiten, wo am meisten Not ist zu arbeiten, an der Veränderung unseres Wesens, damit wir das Licht dieser Welt sein können, nicht durch eine gute Theorie, die braucht man auch, sondern durch ein vorbildliches Leben. Gott schenke uns diese Gnade, dass wir in diesen Zeiten unseres Tages, also diesen Jahren unseres Lebens, ich will das, das Werk beenden können und zur Reife gelangen und dann wird Christus kommen. Amen. Amen.